Wir sind wieder hier mal wieder bei mir mit Rufia 2. Und ich möchte mich an diesen wunderschönen kleinen Scheiß. Und ich habe nochmal überlegt. Ich habe mein ganzes, ganziges Können hineingelegt in diese wunderbare... Das war falsch. Gut, mein ganziges Können ist heute mal wieder wieder da. Aber ich habe überlegt, wie man das doch machen könnte. Können wir so ein bisschen bewegen, danke. Bitte mehr. Komm schon. Na, dann nehmen wir es auch. Einmal raus. Einmal rein. Denn so muss es sein. Ich nehme mir jetzt in diesen wunderschönen Steinchen. Ich laufe in diesen Rom hinein. Ich schmeiße es hier ins... Ich glaube, ich lasse es nochmal. Ich schmeiße es hier ins Wasser. Wasser. Schon mal mit Lava gebadet? Ja, ist ganz ungenehm. Mache ich öfter in mein Kuh. So, schmeiße ich es hier rein. Ich muss hier doch mal im Hinnert weg. Geht doch alle weg von mir. Ich habe kein Bock mehr zu geben. Ja, ich bin eigentlich ein sehr guter Mensch. So, jetzt haben wir zwei Steine. Jetzt haben wir auch gesehen, wie es funktioniert. Das ist ein bisschen klein. La, 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 la. Ab, ab, heitze. Die Hände bestimmt gut bei dir. Es ist ein hell. Ja. Diesen Stein. Wo schmeiße ich ihn hinein? Da, falls es kann. Ja, das war es zum Beispiel. Ich... Mal kurz da. Ich wollte eigentlich noch gleich kurz leveln, nachdem ich diesen komplett rausgerüstet habe. Ja, ne. Weder aus der Lederrüstung. Nein. Nein. Es würde die Verteidigung mal die Intelligenz... Beweglichkeit, nein. Ich möchte gerne, dass ich mehr Beweglichkeit habe. Ich meine, Gott, leider. Die überhaupt sein Spiel sein. Federwessel, nein. Du möchtest bestimmt diesen wunderschönen Soren haben. Ja, du möchtest diesen wunderschönen Soren haben. Wenn ich jetzt wieder vor dem Ding bin, dann werde ich ihn verdammt nochmal hier rausgehen. So. Nochmal wieder rein. Ja, so muss das, ne. Und dann werde ich nochmal diesen Wunderschön-Drei-Menschen-Kampen. Weil die einfach mal die Anzeiten endgleichen sind und wir nicht. Guck mal, sie wollen schon. Guck mal, sie wollen schon die Anzeiten haben. Und mehr Schönen, irgendwann. Wir wollen ja, dass sie noch mehr schaden sind. Oh, das sieht schon gut aus. Ich glaube, kurz davor mache ich nur eine kleine Level-Pause. Guck mal, es geht schon mal. Oh, das ist eine große Anzeiten. Oh, das ist eine große Anzeiten. Nochmal besser ich, dass sie noch nicht mit dem Testraum sein können. Ich glaube, ich bin eine große Anzeiten. Daher habe ich nur eine kleine Anzeiten. Daher habe ich nur eine neue Anzeiten. Das ist eine große Anzeiten. Schönen, was ich will? Aber ich bin, das ist eine kleine Anzeiten. Das muss auch sein. So, nein, nein, nein. Ich hab doch vorhin noch irgendwie irgendwas gehabt. Wirst du das? Ich bin mir grad nicht sicher. Nein. Können wir den wieder aufnehmen? Ah. Jetzt doch noch was anderes. Nö, lol. Hat man so viele Mut? Da war jetzt noch ne Treppe nach unten, ne? Nö, das ist ja. Zurück mit der Kraft und mit Gewalt der Kraft alle foltern links. Funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja. Das funktioniert. Das ist gut angehört. Das Katzenmantel schließt sich dir an. Das Katzenmantel gibt dem Katzenmantel einen Namen. Und natürlich werden wir dieses auch füttern, ganz viel füttern. Und jetzt gehe ich diese eine Troppe auf die ich nicht begangen bin, denn ich möchte sie sein, das habe gehen die ich nicht begangen habe, damit man hier auch sehen kann. Und ich gebe gleich den lieben Geil. Ich glaube eine andere Waffe, ich bin nicht ganz sicher, mache ich aber nicht. So schließt sich der Katzenmantel. Ich glaube jetzt sind wir gewappnet für diese Wiener. Ich habe keinen Deutsch. Ah, weiter. Weiter. Nein, wir können ihn auch immer wieder umbenennen. Sie. Sie. Ich frage mich gerade, wie mir die Katzenmantel tauschen. Nicht Futter. Nein. Schösschen. Koppel. Tasche. Tau. Wer noch ist gut oder gut oder? Bmm. Aber wenn du jetzt auch noch einen neuen Seele Auto benutzen hast, das ist alles. Hier wechsle ich Kapselmuster. 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 Ich möchte mal den ausbilden. Die Frenz. Dann möchte ich mich nur einmal ganz schnell heilen. Ja, ich lebe das heute oft. Aber doch, wir werden es noch einmal gegen die verkackte Stille. Falsch. Stehen gegeben, ich wollte doch gar nicht eine andere Waffe geben. Ich habe nämlich, glaube ich, gefühlt. Das ist geil, die war vielleicht auch. Wo? Ist er durch? Ich hab doch... Habe ich nicht? Habe ich oder habe ich nicht? Feierfrucht. Na gut, ich dachte, ich hätte es ein Feier durch. Ciao! Eine Flotte machen wir schon. Na gut. Atlantis. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ich müsste den doch haben, diesen dummen Läufer. mit mir wegen der Flotte mitnommen werden. Auch bei dieser Flotte. Sie brauchen die Flotte. Und ich bin gerade noch immer noch ein paar Fritz-Hofeln. Ich bin direkt damit. Ich bin direkt mit dem Flotte. Ich bin gerade mit dem Flotte zu mir. Der Flotte zu mir ist das zu mir. Oh, wie kannst du uns soweit eintun? Gut, alles. Was? Nein! Das war doch mein Serum. Ihr dürft nicht ausweichen. Ihr dürft ihm fressen. Dämm das, du Spinne! Ach, seh! Oh Mann! Tja, du wirst nicht mehr lange durchhalten, aber... Funke! Du schaffst das! Loll! Okay, geil! Du wirst meine Renten verhoffen, geil! Du schaffst das, geil! Mach die weg, ey! Mach die einfach weg! Geil! Oh fuck! Das ist kleines! Oh Gott, nein! Geil! 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 Komm damit! Hau drauf! Mach die Pumon! 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 Vielen Dank.